Seitheben an der Maschine für die mittlere Schulter. Einstellung und Ausführung. Stelle den Sitz so ein, dass das Gelenk der Maschine auf Schulterhöhe ist. Das Polster sollte kurz über dem Ellenbogen liegen und beim Sitzen die Oberarme berühren. Stelle das Brustpolster so ein, dass der Oberarm gerade ist. Umfasse die Griffe nicht zu fest oder benutze sie gar nicht. Ein zu fester Griff erschwert es, die mittlere Schulter optimal zu treffen. Bei der Aufwärtsbewegung gehen die Arme bis auf Schulterhöhe. Am höchsten Punkt wird die Position kurz gehalten. Lasse die Arme danach langsam wieder runter. Atme aus, wenn du die Oberarbe nach oben führst und atme ein, wenn sich die Arme nach unten bewegen.